Achtung! Wir legen uns ready! Anfang! Es geht los! So Leute, herzlich willkommen an SOMA! Achtung! Achtung! Guten Tag meine sehr färben Fluggäste! Mein Name ist Martin Lenz und Ihr Co-Pilot heißt Rick Frei. Wir sind heute Ihre Piloten. Ich freue mich, Sie im Namen der gesamten Crew über uns an Bord von Jetlag begrüßen zu dürfen. Wir haben bereits Startfreigabe und wie Sie sicher schon gemerkt haben, befinden wir uns auch bereits schon in der Startphase. Wir bitten Sie daher, sich in eine aufrechte Setzposition zu begeben und sich festzuhalten. Die Turbinen sind gestartet und wir gehen nun in die Startsequenz. Genießen Sie den Flug mit Jetlag 4, lieben und vollen Ton! Achtung! Angehörige Rundfunk Rundfunk Warte, warte, warte! Neustarten. Das System hat wieder mal automatisch abgebrochen. Ich lasse die Computer, das nix, aber ich habe das. Ich lasse die ersten. So, alles gesessen. Rick, bitte nochmal voll Schub auf die Maschine. Eins und zwei. Okay, voll Schub auf eins und zwei. Achtung, 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 Leute, jetzt legen wir weiter, jetzt geben wir raus. Ready, voll Schub auf alle Triebwerke. Achtung, 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 Achtung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020